Einreifen im Ahlersklapp. Halt den Rüsten. Halt den Rüsten. Im Arbeitstempo antragen rechte Hand. Halbe Rüte rechts, im Mittelpunkt der Länge die Rüste und halbe Rüte links. Halt den Rüsten. Halt den Rüsten. Halt den Rüsten. Kapperinger, Scholl, Korbereitern, Barmerei, Treiblinge. Bei Erreichendungschneidung im Arbeitstempo-Antrabe. Im Arbeitstempo-Richtsafer lockieren, auf dem Mittelzirbel geritten, dabei überstreichen. Ganze Bahn, vor der kurzen Seite, Arbeitstempo-Richtsafer, durch die ganze Bahn wechseln wir bei dritten Verlänger. Arbeitstempo-Richtsafer lockieren, auf dem Zirkel geritten, an der offenen Zirkelseide die Verlaufschwunde verlängern. Arbeitstempo-Richtsafer, ganze Bahn, auf dem Mittelzirbel geritten, dabei reicht haben und die Züge aus der Hand vorn machen. Aussitzen, die Züge wieder aufnehmen, ganze Bahn. Auf die Mittellinie, abwenden. Reiter in Rössern. Im Mittelschritt langens über die Bahn verlassen. Dieses Fahrrad werden wir sechs Jahre.